Kack, diese Molly ist die krasseste Granate. Ja, ich weiß. Ihr ist schon klar, was ihr abgeht, oder? Was denn? Sie verkoppelt dich mit ihrer Zickenfreunde. Was ja perfekt ist, weil du stehst auf Zicken. Vier Bier, bitte. Drei. Zwei. Das ist eigentlich ein ganz lecker Kart. Und ich bin jetzt pleite. Ich werde verrückt. Sie ist da. Was? Oh, das ist doch die Kleine vom Flughafen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass hier auftaucht. Hallo. Hey, ging mit den Tickets, alles klar? Ja, und danke nochmal. Cool. Oh, Patty kennst du ja. Hi. Hallo. Selbstverständlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du vorbeikommst. Ich dachte, das ist unglaublich. Hallo. Stainer. Wie war das? Stainer. Was? Stainer. Sein Name ist Stainer. Klar doch. Nur so ein nichtssagender Spitzname. Der bedeutet rein gar nichts. Ist genau so wie Greg. Ich kannte mal einen auf der Highschool, der so aussah wie du. Welcher heißt Gold? Vielleicht weiß ich sie. Nein, er liegt im Koma. Oh. Wer ist denn die Spaßgarnone? Ist ja ein richtiger Stimmungskiller. Okay. Treffen wir uns oben bei den Plätzen? Ja, perfekt. Okay. Kirk, diese Molly ist die krasseste Granate. Ja, ich weiß. Die ist schon klar, was ihr abgeht, oder? Was denn? Sie verkuppelt dich mit ihrer Zickenfreunde. Was ja perfekt ist, weil du stehst auf Zicken. Ja, naja. Was soll's? Patty ist überhaupt keine Zicke. Sie ist anders. Ja, klar. Sie ist anders als andere Menschen. Weil sie eine Zicke ist. Komm schon, Admiral Beobachte mal den Gegner und nicht den Puff. Nun mach schon, du Sack. Tut mir leid, der Spieler, den ich gerade angebrüllt hab, ist ein Sturmer. Aber irgendwie will er heute nur auf der blauen Linie bei den Verteidigern abhängen. Aber dir ist schon klar, dass die zurückbleiben, um deren Powerplay zu verhindern? Ja, das ist genau das, was gerade passiert. Hey, Fox, vielleicht behältst du deinen Schwäger mal unten. Hat irgendwie gut getan. Alter, der hat wirklich einen Plan von Ice Hockey. Ja, Mann. Ja. Wow. Nemo. Was? Scott Reese kennt dich? Nur flüchtig. Nur flüchtig. Komm schon, Reese, mach mal auf. Du spielst heute Scheiße. Ah. Nee, 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 nee. Nee, nee. Na, na, na. Ja. Jaaah!